Hallo zusammen. Ich hatte letztens das Problem, dass ich in einem Vorstellungsgespräch bei etlichen C++-Fragen, und das Gespräch war letztlich völlig daneben, aber es tut hier gar nichts zur Sache, keine Antwort wusste. Und ich habe dann festgestellt, ich habe das Thema C++ in den letzten Jahren noch ein bisschen vernachlässigt und mich dann nicht auf den aktuellsten Stand gehalten. Aber ich war so schlau und habe die Fragen, soweit wie es ging, mitgeschrieben und wollte das jetzt nachholen. Und mitunter habe ich mir gedacht, interessiert das den einen oder anderen von euch, weil man kann letztendlich nicht alles wissen und Leute, die mich kennen, wissen, ich bin eher breit als tief aufgestellt. Und ich dachte mir mal, die ein oder andere Frage werde ich hier mal beantworten und mit euch das gemeinsam machen und dass wir uns das einfach mal gemeinsam angucken. Und in diesem ersten Video soll es um Mutable gehen. Also ich wurde gefragt, was macht denn Mutable in C++? Und ich stand da ja gut aus anderen Programmiersprachen kenne ich das, dass wenn man irgendwie einen Speicherbereich definiert, dass der halt von Standard her konstant ist und dann muss man halt Mute oder Mutable hinschreiben, damit man dann die Konstante zu einer Variablen mehr oder weniger wandelt und dann die halt wie eine ganz normale Variable benutzen kann. So ist das nicht unter C++. Unter C++ ist das ein bisschen anders. Und das möchte ich einfach mal mit euch durchgehen. So. Und dafür öffnen wir einfach mal eine Konsole und gehen mal hier in Development und ich mache mal hier Vorstellungsgespräche. Und da legen wir eine neue Datei an und die nennen wir Mutable.cpp. Und ohne mir da einiges rausnehmen zu wollen, ich denke, viele wissen gar nicht, was das macht, denn es ist eigentlich nicht sonderlich gebräuchlich. So. Mutable ist dafür da, tatsächlich Variablen in konstanten Bereichen abänderbar zu machen. Das zeige ich einfach mal. So. Stellen wir uns einmal vor, wir haben eine Klasse, die nennen wir einfach mal Test. und die hat eine Methode, machen wir erstmal einen Konstruktor, die hat eine Methode, Beut, I am constant. Und die ist hier konstant. Und wir haben hier im Private-Bereich tatsächlich eine Variable, die heißt int counter und die setzen wir mal auf 0. So. Soweit so klar. Wenn wir das jetzt einfach mal so implementieren. Dann könnten wir jetzt hier, ich mache das mal hier dreckig, indem ich mir den Namespace reinhole. t out method call oder sowas. So. Dann implementieren wir das mal. test, test, test und test.im irgendwas. So. Soweit so klar. Kompilieren wir den ganzen Kram mal. C++, Stern, C, oder, nee, machen wir mutable. Cpp, minus O, mutable. Und dann natürlich noch mal. Minus std, gleich C++, f. Gucken wir mal, ob das durchkompiliert. Non-Member-Function. Ah, da habe ich vergessen, noch test vorzuschreiben. So. Wenn wir das jetzt einfach mal ausführen, dann kommt da method call und alles ist super. Wenn ich jetzt hier drin aber sage, ich möchte count auf 1 setzen. Ja, und dann beispielsweise. Huch. Ja. C out. Counter, Doppelpunkt, Counter. Dann sollte natürlich, weil das hier const ist und ich hier natürlich dann dementsprechend nichts innerhalb der Klassenstruktur ändern darf, sollte eine Compiler-Warnung oder ein Compiler-Fehler kommen. Genau. Kommt auch. Cannot assign to non-static data member within const member function I am constant. So. Wenn ich das jetzt natürlich zu Debugging-Zwecken doch mal ändern möchte, dann müsste ich jetzt hier das const wegnehmen. Und dafür kommt dann mutable ins Spiel. Wenn ich hier mutable hinschreibe, dann darf ich tatsächlich diese Variable abändern und kann das benutzen. Oh, das ist die Nummer 1, wo man mutable einsetzen kann. War mir nicht klar, wusste ich nicht, kann ich nicht. Und meiner Meinung nach umgeht das natürlich hier auch den const-Bereich und ist nicht sonderlich sauber. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich mich da irre, ob ich da vielleicht irgendwas übersehe. Dann haben wir vielleicht noch eine I am lambda-Methode. Die implementieren wir auch einfach mal hier. Das soll jetzt kein schöner Code sein, sondern einfach nur zeigen, was ich meine. Und hier haben wir eine int-Variable, die nennen wir einfach mal, wie nennen wir sie denn, numbers oder sowas. Ist auch völlig egal, wie sie heißt. Und wenn wir jetzt hier davon ausgehen, dass wir hier jetzt eine lambda-Methode benutzen, bei der wir per Copy die Variablen übergeben, dann haben wir nämlich dasselbe Problem. Und zwar Auto, machen wir mal fangen gleich. So, übergeben wir den ganzen Kram. Und dann wollen wir hier tatsächlich die Variable numbers ändern. Auch dann sollte letztendlich ein Compiler-Problem kommen. Also ein Compiler-Error. Genau. Weil wir sie gecaptured haben bei Copy. Super denglisch. Wenn wir hier dann aber auch diese lambda auf Mutable stellen, dann können wir die Variable tatsächlich auch ändern. So, da passiert jetzt nicht viel, weil da drin nicht viel passiert. Dafür kann man Mutable letztendlich benutzen, um dann die Variablen zu ändern. Das habe ich jetzt neu gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr es schon wusstet, schreibt mal gern, was ihr damit so macht. Und ich bedanke mich fürs Zugucken und sage bis bald. Tschüss. Tschüss.